Heute Abend ist ja jetzt eine der Partys und es finden ja nach Berlin-Hardel und Berg statt. Hast du da irgendwelche Tipps für das Party-Willi gefolgt, sag ich mal, wie man am nächsten Tag vielleicht nicht ganz so scheiße aussieht? Naja, bei Party-Tipps bin ich immer irgendwie der Falsche, weil ich ja so wenig auf Partys gehe. Aber Wasser am Abend hilft immer. Wenn man merkt, dass man besoffen wird, zwischendrin mal Wasser einfließen lassen, das hilft schon am nächsten Tag. Das stimmt.